Wir kommen zu einer kleinen Diskussionsrunde und meine erste Frage würde ich gerne an Tobias geben wollen. Du hast uns ja sehr praktische Beispiele gezeigt, die viele von Ihnen möglicherweise in Zukunft auch einsetzen oder vielleicht selber schon einsetzen. Wie ist denn deine Empfehlung, so praktische Empfehlung ans Publikum, an die Beschaffungsexperten, die heute da sind, wenn man KI-Systeme beschafft, worauf man achten muss und kann man denn diese ganzen Anforderungen, die du auch genannt hast, tatsächlich erfüllen oder gibt es da einen pragmatischen Weg, den du empfiehlst? Ja, danke für die Frage. Man muss eine gute Antwort ein bisschen zweiteilen. Und zwar, wenn es sich um grössere öffentliche Organe handelt und wenn es sich um kleinere handelt. Bei grösseren öffentlichen Organen, wie zum Beispiel ein Zoll oder ein grosses Spital, der weiss auch nicht was, sieht der Rechtsdienst heute relativ anders aus als vielleicht vor 10, 15 Jahren. Heute hat man des Öfteren spezialisierte Juristen für Datenschutz, für Beschaffungsrecht, für geistiges Eigentum. Früher hat das vielleicht eher mal noch jemand alles andere gemacht. Ich glaube, das ist mega wichtig für grössere öffentliche Organe, dass man sich spezielles Wissen im Bereich Datenschutz reinholt. Dass man die Ressourcen frei macht, um dieses Wissen dabei zu haben. Weil ansonsten kann das eine Person, oder wir haben nur schon bei der KI-Beschaffung jetzt im Detail von dir gehört, wie kompliziert das sein kann. Ich glaube, eine Juristin, ein Jurist alleine schafft das nicht. Bei kleineren Gemeinden, wie meinem Beispiel oder vielleicht anderen kleineren öffentlichen Organen, ein Altersheim oder weiss auch nicht was, da wäre mein Tipp, wenden Sie sich an die zuständigen Aufsichtsbehörden. Die Aufsichtsbehörden haben nicht nur einen Auftrag, mit dem Kontrollhelm vorbeizukommen und den Zeigefinger hochzuhalten, sondern die haben nachher einen Beratungsauftrag. Und dort darf man und sollte man auch mal fragen, ich möchte das und das beschaffen, geht das? Und hoffentlich bekommen Sie eine gute Antwort. In meinem zukünftigen Wirkungsort in Winterthur werde ich mir sehr viel Mühe geben, solche Fragen gut zu beantworten, im Wissen darum, dass das sehr, sehr schwierig ist. Dann freuen wir uns, Tobias, uns demnächst alle bei dir in Winterthur zu melden. Die Einladung ist angekommen. Eine Frage auch an Martina. Herzlichen Dank für deinen Vortrag und den Ausblick auch zu AI Act, der gerade erlassen wurde und der dann doch die ein oder andere Auswirkung auf die Schweiz haben wird. Und zwar vielleicht ein bisschen provokativ gefragt, da die Auslegeordnung ja noch nicht erlassen ist und jetzt ein bisschen in Bezug auf Beschaffung. Würdest du dir wünschen, dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt, was so KI-Regelung betrifft oder jeder Kanton kann so ein bisschen selbst organisiert sich überlegen, wie er da Regelungen haben möchte oder soll es ein Konkordat geben, damit es eine hohe Einheitlichkeit geben soll? Wie ist da deine Meinung oder Auffassung? Oder vielleicht so ein bisschen Blick in die Zukunft oder Empfehlung an den Gesetzgeber? Also wenn es um die Regulierung von KI geht, natürlich müsste das auf eidgenössischer Ebene sein. Wenn es darum geht, wer erstellt jetzt einen Mustervertrag? Dann beispielsweise ist es mir egal, ob so ein Mustervertrag vom Bund kommt oder vom Kanton. Hauptsache ist gut. Oder von irgendjemandem. Aber so Musterverträge, Templates, also da müsste man dann schon was Gutes erstellen, weil vielleicht haben Sie es rausgehört aus meinem Vortrag, dass also ein schlechtes Muster eigentlich nur Schaden anrichtet. Habe ich deine Frage richtig verstanden? Dann warten wir auf die Musterverträge, die kommen. Und in der nächsten Beschaffungskonferenz werden wir die vielleicht auswerten. Wir dürfen jetzt zu Ihren Fragen kommen. Haben Sie Fragen an die beiden Vortragenden, inhaltliche Fragestellungen zur KI-Beschaffung? Sie sind entweder alle zufrieden oder wollen zum Kaffee? Oder Sie sind inhaltlich erschlagen? Nein, es gibt eine Frage. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Donald Stern, ich bin Beschaffungsexperte. Ich habe eine Metafrage. KI und Beschaffung. Wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, heisst das, alle öffentlichen Beschaffungsstellen können ab sofort KI einsetzen für die Beschaffung selbst, für die Ausschreibung selbst, als auch für die Evaluation. Man muss es vielleicht angeben. Und bei Sibis, Lebensläufen, muss man natürlich zuerst den Datenschutz beauftragen. Ins Boot holen. Ist das korrekt? Also ich hoffe, dass in Zukunft der technologische Fortschritt auch das Beschaffungswesen ein bisschen einfacher macht. Ich glaube, das Beschaffungswesen hat vielleicht den Vorteil, dass die Daten, mit denen ihr im Grundsatz mal umgeht, nicht personenbezogen sind. Da haben wir das Glück, dass vielleicht der Datenschutz nicht ganz so präsent ist. In meiner Erfahrung und auch in meiner täglichen Arbeit habe ich sehr viel mit Beschaffungsexpertinnen und Experten zu tun, teilweise auch mit externen Beraterinnen und Beratern, um irgendwie diesen Prozess der Beschaffung fein abzustimmen. An welchem Zeitpunkt muss man was, wo, wie prüfen, einreichen etc. Also ich glaube, hier das Zusammenspiel zwischen Aufsichtsbehörde, Beschaffungsteam, Beratungsteam etc. Da kann man noch viel justieren und auch profitieren voneinander. Also wenn ich noch ergänzen darf, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wir haben in der Schweiz keine Verbote in dem Sinn, wie wir das jetzt vom AI-Act kennen. Von daher. Beim AI-Act muss man dann aber auch noch sagen, dass es sehr viele Bereiche gibt, die vom AI-Act gar nicht erfasst werden. Und da wird es ja richtig spannend, also wenn es um die innere Sicherheit geht, um die Armee geht, solche Sachen. Also die werden vom AI-Act ja komplett ausgenommen. Die sind immer noch in der Kompetenz der EU-Mitgliedstaaten. Also da wird es ja wahrscheinlich einige Anwendungen geben. Die würden sie zivil eingesetzt oder in der Verwaltung für die normale Verwaltungstätigkeit dann eigentlich als verboten gelten würden. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, was ich noch spannend finde, wenn wir in der EU vom AI-Act sprechen. Wenn wir das auf die Schweiz runterbrechen, das muss uns hier schon irgendwie bewusst sein. Wenn es auf eidgenössischer Ebene etwas Ähnliches geben sollte, dann ist es wie das eidgenössische Datenschutzgesetz. Jetzt nicht für die kantonalen Behörden anwendbar, für die Gemeinden. Also die Kantone, die müssten hier wie beim Datenschutzrecht dann auch wieder eigensrechtssetzungstechnisch parat sein. Und da sind die Kantone noch nirgends, oder? Das sind ganz andere Diskussionen. Die würden wiederum warten, was die Eigengenossenschaft macht. Sich dann überlegen, brauchen wir für unseren Kanton, natürlich nur für die öffentlichen Organe, aber die sind für uns hier ja relevant, etwas Eigenes. Also das kann wieder zu einem föderalen Puzzle kommen. Es gibt dann viel Arbeit für die Anwaltskanzlei. Spannender Input. Dann komme ich nochmal auf die Frage zurück, die ich gerade Martina gestellt habe. Würdest du dich denn dafür aussprechen, um diese kantonalen Puzzle zu vermeiden, dass es eine einheitliche Regelung gibt, wo alle Kantone sich anschliessen? Oder soll jeder so ein bisschen machen, wie er will, weil es unterschiedliche regionale Unterschiede gibt oder man näher zur EU ist, oder? Was ist da deine Meinung? Ja, also es wäre natürlich schon schön, wenn es so etwas gibt. Aber ich glaube, wir kennen hier drin die Schweiz alle gut genug, um irgendwie so die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, dass es so etwas gäbe. Aber im Ernst, ich glaube, was wir zum Beispiel im Datenschutzrecht sehen, dass die Datenschutzgesetze vom Aargau, vom Graubünden, vom Turgau, vom Tessin, die sehen alle ungefähr gleich aus. Und wahrscheinlich dürften wir eher darauf setzen, dass wenn es kantonale AI-Acts gäbe, dass dann auch die ungefähr gleich aussehen werden und auch ungefähr gleich wie ein schweizerisches Vorbild. Aber das ist viel Hätte-Hätte oder Martina, du hast ja gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es auf schweizerischer Ebene etwas gibt, potenziell nicht. Es muss etwas geben, weil wir wollen ja die Konvention des Europarats ratifizieren. Es verpflichtet die Schweiz, bestimmte Sachen umzusetzen. Und außerhalb der regulierten Produkte haben wir das alles noch nicht, was jetzt eben QMS, AMS, whatever, das haben wir so noch nicht, oder? Also wie das umgesetzt wird, das ist mir noch nicht ganz klar. Aber der wichtigste Punkt ist ja das, was du auf einem der ersten Slides gehabt hast. Was für den Datenschutz gilt, gilt ja überall. Es braucht eine gesetzliche Grundlage. Man kann nicht, also da sind wir dann nicht so technologieneutral und das sehen wir aus der ganzen Cloud-Diskussion. Also wenn da eine bestimmte Aufgabe der öffentlichen Hand vom Gesetz gegeben wird oder wie das umgesetzt wird, heisst dann noch nicht unbedingt, dass man da alle Mittel einsetzen kann. Also von daher denke ich, du hast absolut recht, es wird dann wahrscheinlich kantonale Regulierungen geben müssen, wo dann diese gesetzlichen Grundlagen dann auch spezifiziert sind, für die sich dann beziehen auf KI-Anwendungen. Da ich ja auch anwaltlich in der EU in Berlin tätig bin, kann ich sagen, es ist manchmal nicht so schlecht, erst mal abzuwarten, wie sich EU-Regelungen in der Praxis beweisen und dann das Beste daraus zu nehmen. Gibt es weitere Fragen von Ihnen zum Thema KI, KI-Beschaffung, Datenschutzfragen? Dann hätte ich eine Frage noch an Tobias. Und zwar, du hast vorhin dargestellt beim Thema Datenschutz auf einem der Slides. Dass deine Empfehlung war, ich glaube auf der Schlussslide war es, dass deine Empfehlung war, dass man KI-Systeme, weil die ein hohes Risiko darstellen, immer der Datenschutzbehörde vorlegen muss. Nun wäre ja meine Auffassung, so ein Chatbot zum Beispiel stellt möglicherweise kein hohes Risiko dar oder ist mittlerweile eingeführt und wird ja auch in verschiedenen Kantonen mittlerweile genutzt. Muss jedes KI-System eigentlich der Datenschutzbehörde vorgelegt werden oder nicht? Es kommt ein bisschen Grundlagenantwort. In den meisten kantonalen Datenschutzgesetzen steht, dass Datenbearbeitungen mit einem hohen Risiko zur Aufsichtsbehörde müssen. Und in den kantonalen Verordnungen zu diesen Gesetzen steht relativ oft noch, was denn so ein hohes Risiko beispielsweise ist. Den meisten steht, dass neue Technologien per se ein hohes Risiko für die Grundrechte darstellen. Und ich glaube, wir sind uns einig, KI dürfte heute und für absehbare Zeit eine neue Technologie sein. Deswegen ist die grundsätzliche Antwort, ja, jegliche KI-Anwendung mit Personendaten muss zur Aufsichtsbehörde. Ich würde mich aber auch dafür aussprechen, dass die Aufsichtsbehörden dann Augenmass halten und wenn sie schon drei, vier, fünf Chatbots sich angeschaut haben und festgestellt haben, ja, das Risikoprofil ist jetzt doch nicht so hoch, dass man dann auf umfassende Reprüfungen verzichten würde, soweit das das Gesetz überhaupt erlaubt. Aber ja, grundsätzlich, und das ist schon ein wichtiger Take-away, dass gerade im kantonalen Beschaffungswesen KI eigentlich immer zur Aufsichtsbehörde muss. Dankeschön nochmal für diese Klarstellung. Wer von Ihnen setzt denn oder beabsichtigt denn ein KI-System zu beschaffen? Dürfen wir fragen, in welche Richtung Sie beabsichtigen, ein KI-System zu beschaffen? Also wird es ein Chatbot sein oder so ein DeepL-Übersetzungsdienst oder eins vielleicht der Beispiele, die Tobias gebracht hat? Wir hatten da, eine Wortmeldung war da, eine war da hinten, wenn Sie, ja? Ja, Stichwort Transkription, Übersetzung und Datenanalyse. Und wie gehen Sie mit den Hinweisen um, die Sie heute erhalten haben? Also Sie werden sicherlich jetzt offiziell sagen, weil es ja aufgezeichnet wird, Sie nehmen die mit und werden die umsetzen. Aber wie ist denn so die praktische, Ihre praktische Erfahrung oder so bei der Beschaffung von diesem System? Ja, wir sind in meiner Rolle in einer speziellen Situation, da wir eigentlich nur koordinierend für die Kantone tätig sind. Letztendlich ist es eine Aufgabe der Kantone, auf allenfalls zentralen Infrastrukturen das zu betreiben und daher müssen die Kantone eigentlich das dann mit den eigenen Datenschützern anschauen. Herzlichen Dank, wobei sicherlich, Tobias, wir haben heute früh gehört im ersten Vortrag, dass in vielen Fällen eine zentrale Beschaffung sicherlich sinnvoll sein kann. Erstens aus Kostengründen, aber möglicherweise auch um so eine Fragestellung zu klären, weil bei vielen KI-Systemen ist mein Eindruck, wir haben zwar so eine Grundvorstellung, wie die funktionieren, aber obwohl ich auch aus dem IT-technischen Umfeld komme, ich könnte nicht erklären, was mit den Daten passiert und wo die am Ende des Tages liegen und wie die auch weiterverarbeitet werden. Wäre das so ein Weg, dass man halt bestimmte Systeme zentral beschafft, vielleicht dann auch so eine zentrale datenschutzrechtliche Absicherung macht? Das passiert auf jeden Fall, dass sich die Datenschutzbehörden untereinander koordinieren, wenn verschiedene Kantone ein ähnliches, gleiches Produkt einsetzen. Und da holen wir natürlich auch ein bisschen Effizienzgewinne raus. Transkription ist ein Projekt nicht auf meiner Liste, aber haben wir auch schon angeschaut. Hat teilweise Personendaten drin, ist oft dann auch wieder die Auslagerung, wird ein Drittanbieter beigezogen, wie werden die Verträge sozusagen gemacht. Das sind dort so ein bisschen die Knacknüsse, um das wieder zu bemühen, die wir vorgefunden haben. Ja, kann man viel Effizienz gewinnen in diesem Bereich KI-Einsatz, auf jeden Fall. Spannend. Wie ist deine Erfahrung aus der anwaltlichen Praxis bei der Beschaffung von diesem KI-System? Ist das immer so Single-Lösungen oder Insellösungen oder gibt es da so Zusammenschlüsse? Also es ist eigentlich ganz lustig, das bezieht sich jetzt mehr auf die Beschaffung von Medizinprodukten, die eben auch eine AI-Komponente haben. Und dank des ganzen Hypes, den OpenAI im November 2022 losgetreten hat, wird meinen Klienten erst überhaupt klar, wenn sie ein Medizinprodukt beschaffen, dass da eben auch noch KI drin ist. Und das war vorher nicht unbedingt der Fall. Und dann kommen halt eben diese ganzen Fragen auf. Also sie ist ja schon reguliert, also von daher, man muss sich an die Medizinproduktverordnung halten, auf beiden Seiten. Und die datenschutzrechtlichen Grundsätze, die sind ja halt eben auch glasklar schon seit einiger Zeit. Es stellt sich dann halt einfach die Frage, ja, was gibt es denn sonst noch für Punkte, die man vielleicht im Vertrag dann auch noch abbilden müsste. Und als erstes, und ich habe es erwähnt, ist dann halt eben irgendwie so, wer ist denn am Output berechtigt? Und welche Gewährleistung will, eben beispielsweise ein Spital als Kunde, welche Gewährleistung will der Spital hören, wenn es um den Input geht? Also das sind so die großen Fragen. Und ja, also ich habe es auch erwähnt mit dem Datenschutz, oder? Dass man da auch vertraglich sich absichert, dass da auf der einen Seite nichts reingeht, was nicht reingehört, und auf der anderen Seite beim Betreiber dann halt auch nichts rauskommt, was der Anbieter nicht will, dass das dann am Schluss, ja, ein Reputationsrisiko für beide Seiten sein könnte. Das sind die vertraglichen Aspekte dann. Ich finde es mega spannend, dass du sagst, dass Leute zu dir kommen, die sich nicht bewusst sind, dass AI drin ist. Wir haben auch den anderen Fall, dass Leute zu uns kommen mit KI-Projekten, wo keine KI drin ist, sondern ein, ich sage mal, simples, algorithmisches Muster, wenn dann ohne selbstlernendes Element, ohne Wahrscheinlichkeitsberechnung. Es zeigt wahrscheinlich einfach, dass der Umgang allgemein oder mit diesem Thema einfach noch ungewohnt und schwierig ist. Mit sehr vielen Unsicherheiten. Darf ich noch eine Anschlussfrage an Tobi stellen, was mich eben wahnsinnig interessiert? Man sieht das in der EU, dass sich da die Datenschutzbehörden quasi berufen fühlen, dass sie jetzt auch noch die KI-Datenaufsichtsbehörden sind. Entschuldigung. Die reißen das so ein bisschen an sich und ich habe da so, hege ein bisschen die Befürchtung, dass so alles aus der Perspektive des Datenschutzes abgekaspert wird. Dass man sich anschaut, was gibt es jetzt da schon unter der DSGVO. Kann man das irgendwie auch dann verwenden für die AI-Compliance. Und was der AI-Act ist, ist Produktesicherheitsregulierung. Das ist ein anderer Ansatz. Klar, eben die Schutzobjekte, das sind Grundrechte. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber letzten Endes, und da wollte ich dich fragen, wie schaut das aus? Sehen die Datenschutzbehörden in der Schweiz sich auch berufen, dann für KI die Aufsichtsbehörden zu sein? Oder macht ihr da einfach einen Schritt und wimpelt Leute ab und sagt, ich sehe nicht, dass hier Personendaten bearbeitet werden, also sind wir nicht zuständig? Wie handhabt ihr das? Ja, ich habe, da muss sich sicherlich jede Aufsichtsbehörde noch ein bisschen selber finden. Wir haben in der Schweiz fast 30, die je einen eigenen Stil haben. Ich habe, was wichtig ist, oder? Ich glaube, die Aufsichtsbehörde, Datenschutzbehörde ist auch nicht die Polizeiaufsichtsbehörde. Aber es ist die Aufsichtsbehörde über die Datenbearbeitung der Polizei. Es gibt noch viele andere Dinge, die die Polizei macht, ausser Datenbearbeiten. Da sind wir nicht Aufsichtsbehörde. Ich würde das ähnlich sehen beim Einsatz von KI, egal wo er ist. Wenn mit KI Personendaten bearbeitet werden, für diesen Teil schauen wir hin. Und da schauen wir, würde ich mal sagen, sehr genau hin. Aber was noch spannend ist, zum Beispiel, wir haben kein Mandat, um problematische Entwicklungen bei KI im Bereich Diskriminierung anzuschauen, oder? Ein anderes Grundrecht als das Grundrecht auf Privatsphäre, oder? Nicht Diskriminierung. Es gibt verschiedene Beispiele, wo das ein Problem ist. Das wäre jetzt etwas, wo die meisten Aufsichtsbehörden wahrscheinlich sagen würden, dürfen wir gemäss unseren Aufgaben gar nicht, oder? Muss aber trotzdem irgendjemand das anschauen. Es kann also Aufsichtsbehörden geben, die dann auch mal schauen, haben wir diskriminierende Ergebnisse? Und das sind schon, das wissen wir noch nicht, aber das wird spannend sein, das zu sehen, wie die Aufsichtsbehörden das machen. Die zumeist schon sowieso sehr ausgelassenen Aufsichtsbehörden bekommen dann noch mal etwas in den Schoß. Genau, was durchaus auch lässig und cool ist, ein bisschen KI zu machen, ja. Obwohl es ja bei den EU-Aufsichtsbehörden so war, die haben ja selber danach geschrien, dafür zuständig zu sein. Genau. Und meine Mutmaßung ist, dahinter stecken natürlich ganz personelle und monetäre Interessen. Da die Datenschutzbehörden ja nicht besonders gut ausgestattet sind, könnten sie, indem sie eine neue Aufgabe sich einhelfen, natürlich gegenüber der Politik und dem Gesetzgeber die Forderung stellen, dass sie jetzt mehr Personal brauchen. In der Sache sehe ich so ein bisschen, sehe ich tatsächlich wie Tobias, ich glaube, dass zwischen dem Einsatz von KI auf der einen Seite, was Demokratiethemen betrifft, Deepfakes betrifft und so weiter, ein Unterschied bestehen sollte im Vergleich zu dem datenschutzrechtlichen Blick, auch weil Datenschützer ja immer sehr in einem Rahmen denken. Ist nicht negativ gemeint, aber Datenschützer haben ja immer so einen sehr datenschutz-objektierten Blick, insofern sollten die den behalten und für KI könnte jemand anderes zuständig sein. Haben Sie noch eine Frage an unsere, an uns, unsere Panelisten zu den Präsentationen? Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist wahrscheinlich das Zeichen, dass wir jetzt aufhören sollen. Danke, Martina. Entschuldigung, Entschuldigung. Man hätte es erst auch charmant hier treten können oder so. Nein, wenn keine Fragen mehr bestehen, dann würde ich Sie auch nicht weiter quälen wollen. Sie wären damit etwas früher entlassen in die Kaffeepause, die sich jetzt anschließt und Sie hätten die Möglichkeit, acht Minuten länger zu netzwerken, was ja auch nicht so schlecht ist. Und ich renne jetzt nicht weg. Ich habe die Möglichkeit, Tobias und Martina ganz herzlich zu danken. Danke euch, dass ihr auf dem Podium wart. Danke euch für die spannende Diskussion von dem Veranstalter. Darf ich überreichen ein kleines Dankeschön. Danke. 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 Danke.